Oder ich hab's vergrault. Die mag mich nicht. Ah, ich werd nicht mal gefragt, wo ich hin will. Also komm ich jetzt irgendwo hin. Deswegen wahrscheinlich. Ich wusste es. Na Balamb Garden. Die Heimat von Final Fantasy VIII. Stimmt. Hab ich ja so gefeiert. Jetzt guck ich mir das erstmal hier an. Äh, ja. War einfach. Feuermagnin. Kein Ding. Ähm, wo kann ich mir denn hier? Da darf ich nicht lang. Okay, ich darf hier nirgendwo lang. Wenn ich mir nirgendwo lang darf. Oh, da hinten. Das ist der Trainingsbereich. Aus meinem Fall. Oh, wie cool, dass das Detail da ist. Oh, Tama ist nicht ganz. Äh, Tama. Tama ist nicht ganz bei Sinn. Die CC-Freaks. Oh mein Gott. Fucking nostalgic. Shock. Oh mein Gott. Wie gut ist das denn? Was hast du denn? Was willst du haben? Augentropfen. Ach ja, komm. Die hab ich. Hallo DJ Skilla. Oh shit. Was hat die mir gegeben? Irgendwas, was ich schon hab. Oh, ich liebe diese Final Fantasy VIII-Anspielung. Super. Well, ich weiß, dass ihr zwei ein bisschen durchgeführt habt, aber warum starten wir uns mit unseren Enttäuschern? Jeder ist auf dem Deck. Außer den verletzten. Diesen Weg. Oh, ja. Do you know how Awan ist doing? She's sound asleep. Down in the infirmary. I talked to Dr. Katawaki. Her diagnosis is that Awan is suffering from severe exhaustion. That's too bad. What about Yuna? And the summoners? Same thing. They were forced to use their powers against their will. It took a lot out of them. Same goes for Tidus. You won't wake up. Tidus, is he okay? He took a beating, but they say he's gonna pull through. You know, he's pretty tough for a scrawny guy. In fact, Tidus might be the only reason we were able to get to the summoners in time. You know that winged knight? I found Tidus fighting her. He told me about the summoners, so we went to go save them. Right. And once me and Squall got word. You all showed up to bail us out, huh? It's a really good thing you did. Now you can help us fill in the blanks. Bahamut, did you figure out who they really are? And those weird mirages he called Cogna? What did you two kids do back there? Oh, uh, it's funny you should ask. We don't know what happened either. But what little we do know, we'll tell you. Wow. Then I guess the only one with answers is your sister, Alan. Excuse the interruption. I have new intel from our liaisons across Grimoire. Oh. Shulk! What's the story? You should have a look at this. What... happened? Well, those new mirages called Cogna have been taking over wherever they show up. For the most part, at least. For the most part? What do you mean? Our reports say that towns belonging to the Federation were assimilated right away. But the places that have been resisting Federation rule have managed to keep the Cogna out so far. However, other threats have arisen. What? There have also been multiple sightings of the Dyad's servants. Sorry, who are the Dyad's servants? A century ago, the demon Dyad plunged Grimoire into an era of chaos. The Dyad's servants were mirages that carried out most of the Dyad's dirty work. Right? Uh-huh. So you're saying the servants are back after a hundred years? That appears to be the case. The Cogna have given them a chance to begin their reign of terror all over again. Hey, Lon. I think that we saw them. One came out of the crater where we fought the bomb. Another flew out from underneath Figaro Castle. Huh? W-what exactly are you getting at? Are you saying we caused that, too? We might have set them loose by accident. Dude, no! I'll say this. We need to take action now. The League. We'll get to work with our agents on the ground. At any rate. It might be a while before Alan wakes up. Why don't you guys get some rest? If she's really your sister, make sure you talk things out. Nur am Ärger machen wir beide. Super. Okay. Ähm, Chrisis? Sorry, guys. I need to get back to the control room and handle this mess. Look, I realize that you two are probably trustworthy. But the League does have its rules. Until you get clearance. Restricted areas like the infirmary are off limits. If you want to explore, keep it to here in the lobby. Okay. Catch up later. So, basically, she doesn't trust us at all. Well, you can't blame her. Okay, so, what do we do now? I'm worried about all our friends. We really do need to talk to Tama. Yeah, that's for sure. I keep calling her, but she just doesn't show up. I don't think she plans to leave Ninewood Hills. Come on, why don't we go see if we can cheer her up? Oh, ich will in die anderen Bereiche. Ich will in den Krankenraum. Warum bin ich jetzt wieder groß? Das Kleinsein. Oh. Okay, wir müssen zu Tama. Ba, ba, da, ba. Tama ist weg. Wo ist Tama? Wart ihr Tama versteckt? Nein. Ernst, wo ist Tama? Ah, ist klar. Huh? My goodness. What's with these especially long faces? Oh, I'm glad you're here. Seraphie, could you go get Tama for us? You want Tama? Funny, you ask. She's been floating around like a terrified marshmallow ever since she got back. Let the pretty pixie handle this. Honey. Hey, Tama. Huh? Tama? Tommy Tom? Answer me. How dare you ignore me, you puny fluff butt? Wollte die nicht ohnmächtig haben? Seraphie, one the day, I will destroy you. Tama, can we talk? We just really, really need to know what happened. Thanks for the reminding me. This is no time to go the gaga. Those Cogna the Knights summoned are seriously bad news. Cogna? No way. Yes, the way. And we have to the stop them. Time out. Before we go any further, Tama, what's a Cogna? They're horrible bad things completely beyond the description. Well, uh, maybe you should try anyway? The Cogna are living machines that thrive on destruction. They have laid more worlds to waste than there are stars in the sky. And that's not a poetic exaggeration. What? But that's nuts! They're almost like a disease. It's not that they're all strong. It's that they never stop growing in number. Once they manage to invade a world, no one can stop them to ever, not even in a crow herself. Then what about the Knights? Are they, like, Cogna masters or something? Something else. They call themselves the X-9 Knights. They're a horrible order who they'll wander from the world to world and leave chaos in their way. Which deletes to the question, why, I suppose. But, if they were the order of the circle, then I think I know the why. Whoa. Did you say the order of the circle? I'm afraid the soul. Bad news? Me and the therapy have a history with them that goes back more years than I know how to the count. There are arch-arch-arch-arch-arch nemeses, to put it belightly. Bummer. So that's who is pulling the strings. But, that means they won't rest until... Until the every last world is destroyed. They're filled to the gills with ill the will. I'm still not sure I get it. But basically you're saying grimoires and hot water. Is that the idea? The water's so hot it's almost the steaming! And if you think it will end with just the grimoire, then you've got another thing to come in! Is Ninewood Hills in danger, too? That wouldn't even be the tip of the iceberg. Oh, no. No, no, no. We're not talking just one or two of the worlds. You see, we're the part of a whole Googleplex of worlds. A Goggleplex? What is that? Like a thousand? Dude! Actually, a Goggleplex is ten. To the tenth, to the hundredth power. A million worlds? We can work on your math skills some other time. I need to get one thing straight. The reason those things got into grimoire? It's our fault, isn't it? Huh? Um, the maybe, I think, yes. So, basically, we've put grimoire and other worlds in terrible danger. No. 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 That can't be true. It is. We messed up. Those guys in the armor? They used us. They invented a false prophecy and tricked us into opening the Ultima Gate. Mom was just the bait. Would you cut it out? No way, dude. Hey, hang on. Anna Crow is the one who said to collect mirages to find our family. If she hadn't let us on, then... Maybe, she's one of them. No way! Absinthe positive-lutely, no way! Huh? Oh, well, yeah. After all, Anna Crow would never, ever lie. All right, then. I guess I'll let it go. So, like, why'd they pick us? How come we were even able to do something like that? I was hoping you would know. Um, if you're going to ask the someone, you should ask your big sister. You might be right. Let's return to the Lomb Garden and go talk to Alan. Lomb? Huh? Oh, yeah. I guess she might be awake. Jetzt Wasser am kochen, jetzt so die Kacke am dampfen. Okay. Die Frau wieder weg. Äh, da. Wäre aus den Cutscenes raus. Ja, aber da auch, ne? Ja, sie ist vom Kaffee trinken zurück. Müssen wir alle anklicken und... Oh! WTF? Oh. Oh. Aha. Was ist hier shit? Oh, nein. Ich wollte nicht... Oh, krass. Die Erinnerung Hyperion. Oder was? Kann ich immer noch nicht machen, oder? Nein. Okay. Hey. Was ist zum Eintauschen? Ey, das Spiel sagt einem das doch gar nicht. ETF? Kommt mal auf so einen Keks. Sonstiges. Pion wird aus dem schwarzen Schokobo-Küken. Moment. Da wird geguckt. Da wird nachgeguckt, Freunde. Da wird nach... Warte mal, dich, Pagi, mal weg. Hyperion! Okay, warte mal. Ich glaube, ich habe keine Punkte für den schwarzen... Doch. Ach, Mann. Hyperion nicht. Kennen wir den? In Notlage? Aha. Bindigkeit. Kräfte sparen. Schokobo-Tritt. Komme ich hin? Geil. Und Spritztour. Okay. So. So viel Aufwand hier. Einfach mal nur weiter zu kommen. Bei dem wir erst mal so mit. So, dann gehen wir jetzt. Damals wieder komplett bei Sinn. Das heißt, ich kann trainieren, theoretisch. Theoretisch, oder? Ja, anscheinend. Wir müssen eigentlich nach Ballamp Garden. Möchte ich das eigentlich noch nicht? Möchte? Falltour. Falltour kann ich so wie am besten trainieren. Ich könnte eigentlich auch mal durch die Welt gehen. Alle schwarzen Boxen machen. Fehlen. Kisten holen, die mir fehlen. Oh, geil. Kommt, Gegner. Wo seid ihr? Wo sind die Gegner? Hallo? Ah, geht doch. Hier we go. Äh, folger. Ah, das ist end. Blut jetzt. Überlebt der Stapel. Boah. Okay. Trolligkeit. Trolligkeit. Aber Trolligkeit sollte auch in den Leben. Es wurde geschrieben, dass die Trolligkeit der deutschen Übersetzung gesehen wurde, gerade wieder. Lösungsbuch auf Englisch. Klingt verführerisch, aber ich kann schon irgendwie gerne auf meiner Sprache, glaube ich. Aber das ist doof, wenn man das Spiel auf Deutsch hat. Über das Lösungsbuch dann auf Englisch. Aber vielleicht, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Äh, fünf. Eins. Ah, toll. Geht immer vor sie Kraken. Ah, ich kann ihn zum Kraken machen. Klingt alles so geil. Was kann er denn so? Aquara. Refleck. Tsunami. Teufelsnebel. Boah, das ist ja auch endlich. Hier haben wir schon. Aquaga. Jawohl. Jawohl. Das mit dem Mira-Stand anlocken, ist eine gute Idee. Dumok hat hier direkt... Warte mal. Ja, ich mach das Leveln gleich. Äh, ich brauche gerade keine Analyse. Äh, ich brauche gerade keine Analyse. Save-Safe-Safe-Safe-Safe-Safe. Die, ich brauche gerade eine winter-Safe-Safe-Safe-Safe-Safe. Ja, ne? Aber hier kam keine Monster, ne? Das war die Kacke. War der Mist, aber dann level ich halt hier. Oh, kein Problem. Ne, der will in den Wald hier, du. Hallo! Unlocken drin und es kommt trotzdem nix. Das ist wie ein Pokémon, wenn man gewiden will, kommen keine Gegner, wenn man nur durchkommt 10.000. Ist so. Immer. Ah, Sandwurmschlau, was hast du denn für eine Schwäche? Eis, Sint, Wasser. Die Zone, ja. Ach, die halten so viel aus, das ist so eklig. Hört auch viel auszuhalten. Haha, Flammspitzen. Dead. Okay. Next. Gnade von euch. Da kann man. Puffer prügeln bringt irgendwie nix. Wie sad. Oh Gott, Kirarito hat mich erschrocken. Ist schon was denn jetzt los? Aber Kirarito hat den Kot gerade geflüstert. Dankeschön. Wenn du den echt nicht brauchst. Ich finde das auch gerade cool, wie sie auf Ramosan stehen. Also, ziemlich nice gelöst eigentlich. Erdentrommel-Balance halt. So. Gehen wir mal ins Mirabord. Äh. Mann, hier ist Quarte rein. Aqua. Aber das hier so aufgeploppt ist. Ach so. Was ist los? Was passiert hier? Am I hacked? Äh. So. Lumog. Du bist noch nicht in Benutzungen. Aber du kannst coole Sachen. Und zwar kannst du Escorte auch lernen. Brauche ich zwar nicht unbedingt. Können wir dir den Samen auch schon mal? Also wir geben dir keinen Samen, aber wir geben dir schon mal Dingens. Was? Da wollen wir natürlich wieder drei. Äh, vier meine ich. Aber. Vier und da hinten. Vier. Egal. Äh. Und sind wir Gilgamesh. Gucken wir mal, ob wir Gilgamesh nützlich machen können. Ein paar Fähigkeiten, die wir ihm geben können. So. Die hier Steine nehmen wir gerne mit. Habe ich nichts mehr mit zwei. Auch hier. So. Hier haben wir noch einiges zu tun. Kann ich hier den Geistessmarter holen? Verdunkelung holen. Okay, wir hätten mit dem Gedankensteller noch ein L-Monster. Aber ich will ja eigentlich Shiva, ne? Aber Shiva-Leveln ist halt kacke. Ist halt ein Mega-Shit. Santicor ist fertig. Gorgus. Gorgus. Irgendwas anderes, was ist hier eigentlich? Äh. Was ist ein Gorgus? Muss ich etwa schon zurück? Gucken was ein Gorgus ist. Was ich jetzt ab Level 42 entwickeln kann? Klingt eigentlich interessant, dann zu wissen, was ein Gorgo ist. Geht's eigentlich dahin? Haben da Monster? Warte, warte, warte. Warte, eigentlich mal gucken. Mal gucken, was ein Gorgo ist. Ach so. Andere Katze. Aber was kann Gorgo? Der ist ja jetzt voll nicht gelevelt. So dumm. Jetzt kann er auf jeden Fall keinen Sand mehr, er kann Feuer. Die Feuerversion von Santigore? Ich weiß nicht, in welchem Kapitel ich bin. Keine Ahnung. Kann ich dir gerade so nicht sagen. Gehen? Nö. Keine Ahnung, in welchem Kapitel ich bin. Also, ich weiß nicht. Ich finde das und das. Ging's da hin? Irgendwohin? Mal ein weißer Rahmen. Ähm. Je nach Bellen Garden. Wir können auch mal ein bisschen weitergehen. 2 Stunden bis den ersten Credits. Oh, ob wir das heute schaffen, glaube ich nicht. Ohne extra Level, na, das wird, glaube ich nicht. Geht das so direkt richtig krass im Lösungsbuch? Wie lange man braucht ab einer bestimmten Position? Das ist voll geil eigentlich. Ich habe das Lösungsbuch von Final Fantasy 15-Jährigen, aber da habe ich auch noch nicht das Buch reingeguckt, weil man sich voll an will. Das hat Square Enix mir nämlich geschickt damals. Aber Square Enix hat mir leider keinen Zug für World of Final Fantasy geschickt. Schade. Wahrscheinlich gab es das da noch nicht. Das ist ja auch oft, dass Lösungsbücher erst später rauskommen. Kranken. Ach, guck mal, da oben das Luftschiff. Äh, die Krankenabteilung war hier. Nein, Adi. Oh, warte, schön warten. Raus. Die Krankenabteilung war eigentlich da links, glaube ich. Ach, die ist wieder wach. Wie, wie, wie. Wie, wie. Aber ich nicht. So, dann. Was machen Sie mit mir diese Zeit? Mit dir? Aber wenn die Königern Sie einen Prisoner halten? Stop. Ich weiß nicht mehr, also nicht so. Aber wenn... Enough. Okay. Ich war ein Prisoner für ein sehr lange Zeit. Aber es waren nicht die Königern. Also, wer dann? Du solltest wissen. Und warum sollte ich dich helfen helfen? Findest du das Obvious. Du musst dich erinnern. Für Lady Luz. Unsere Mutter? Ist sie hier? Ist sie noch alive? Ja. Sie sind hier. Lady Luz. Und Lord Rorick. Rorick? Oh, mein Vater? Dann, meine Mutter und Vater sind beide okay? Wo sind sie? Aber du kennst das auch. Wo sie sind. Wo sie sind. Was sie machen. Wir machen? Hast du sicher? Auwen. Auwen. Du bist einer der Schmerzen? Ich? Eine der Schmerzen? Du musst dich schlafen. Aber... Du bist in eine Maske, tricking uns. Enough. Ich sage nicht mehr. Ich will einfach nicht hören. Du bist in einer Schmerzen. Du bringst nichts in dieser Welt, sondern Schmerz und Chaos. Geh jetzt. Geh zurück nach Hause. Und nie warte von deinem Schmack wieder. Deine Mutter und Vater. Ich werde sie retten. Oh Gott, Vomit. Was ist die Problem? Sie hat uns nichts gesagt. Nein, aber du hast gehört, was sie gesagt hat, Mom und Dad. Sie müssen sie retten. Huh? Oh, ja. Ich glaube, sie hat. Okay, aber was müssen sie von Schmacken? Ich weiß nicht. Hey, was ist passiert? Sie haben das Mirage gesehen? Wo ist Auen? Das erklärt, was passiert. Aber dann, was ihr zwei jetzt machen? Ich bin nicht sicher. Ich weiß, das ist ein bisschen seltsam, aber wenn ihr nicht interessiert, vielleicht können wir uns helfen, die Kogne aus dem Kogne aus dem Grimmoor. Wir brauchen mehr Macht. Wie viel wir können. Sure. Huh? Whether we were tricked or not, we're still the ones who brought them here. We have to fix this. As long as we have the power to do it. Yeah, you're right. Besides, Helping the League out with operations means gathering mirages and getting stronger. If Seraphie and Tom are right, and we can trust what Ennecrow told us, then we ought to keep going. Let's collect mirages and find our family. Yeah. Great. Okay then, the airship. We'll let you borrow it. The skies are yours. Go on out there and help wherever you can. Dunas Heldenemblem wurde freigeschaltet. Das ist cool. Terras Heldenemblem. Ja, ich möchte speichern. Ist das echt ein Luftschiff oder ist das nur so symbolisch wie die Tür? Ist es das Luftschiff aus 8? Ist die Ragnarök? Oh, lass es die Ragnarök sein. It's good that we're helping the League out. But remember, we need to round up more mirages. Tama, these Cogna things, can you tell us more about them? They look powerful. Like mirages, some of the Cogna are strong and some not so the much. Then again, the tough ones are really, though really the tough. In fact, some of the Cogna have such powerful defenses that regular attacks that won't even leave a scratch on them. Dude, what? How are we supposed to stop them then? Remember, we're not the only ones out there fighting. There's cloud, squall, lightning. We're all gonna have to learn to help each other out. Right. Good point. 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 Good point.